Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man solche Fliesenaufkleber anbringen und somit dann auch die alten Fliesen mit so einer Fliesenfolie richtig überkleben kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich relativ alte Fliesen, welche ich jetzt mal mit solchen passenden Fliesenfolien verschönern möchte. Und in einem extra Video zeige ich auch noch, wie ich das Ganze wieder rückstandslos entfernen kann, was natürlich bei einem Umzug auch wirklich super ist. Für einen optimalen Halt müssen meine alten Fliesen auf jeden Fall staub- und auch fettfrei sein, weswegen ich die Oberfläche mal mit so einem speziellen Fetter wie zum Beispiel Isopropanol ordentlich reinige. Ich gebe das Ganze also einfach mal auf ein Tuch drauf und kann danach die Oberfläche auch schon ordentlich sauber machen. Unsere Oberfläche ist richtig vorbereitet und vor allem nach kurzer Zeit auch wieder trocken. Und nun geht es darum, dass wir mal unseren Fliesenaufkleber von der Trägerfolie ganz einfach lösen. Die Rückseite mit einer einfachen Wassersprühflasche, in die ich ein Tropfen Spülmittel gegeben habe, einsprühen. Und dasselbe bei der Fliese mache, die ich jetzt gleich bekleben möchte. Ich kann meine Folie jetzt also schon mal grob auf die Fliese drauf geben und dank dem Wasserfilm kann ich das Ganze auch ganz einfach noch hin und her stupsen, bis ich wirklich schön bei meinem Rand gleichmäßig bin. Wenn ich mit der Position dann zufrieden bin, nehme ich mir am besten ein spezielles Filzrakel zur Hand. Das hat den Vorteil, dass es meine Folie jetzt anschließend nicht verkratzen wird. Im Notfall könnte ich auch ein normales Kunststoffrakel zur Hand nehmen und zum Beispiel so ein Küchentuch außen rumwickeln. Und dann geht es darum, dass ich mal die Position mit einer Hand etwas festhalte und in der Mitte von oben nach unten schon das Wasser zwischen Folie und Fliese herausstreife. Wenn ich das gemacht habe, dann hält mir nämlich die Folie auch schon etwas und ich kann mit etwas mehr Druck von der Mitte raus einmal das Wasser noch schön zu unserem Rand heraus streichen. Überschüssiges Wasser können wir dann gleich mit einem einfachen Tuch mal noch entfernen. Und falls wir unseren Aufkleber zum Beispiel für eine Steckdose herschneiden müssen, würde ich das Ganze noch nicht an die Wand kleben, sondern zuerst am Boden zum Beispiel auf einen Karton legen. Und dann können wir es auch ganz einfach, nachdem wir es natürlich angezeichnet haben, mit einem Cuttermesser einmal ordentlich ausschneiden. Beim Silikonrand bzw. einer Fuge haben wir auch noch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel unseren Fliesenaufkleber nur zur Hälfte einmal an die Fliese dran kleben. Dann kommt normalerweise unsere Silikonfuge und da kann ich auch direkt mit meinem Cuttermesser natürlich schön entlang schneiden. Wenn der erste Aufkleber also sitzt, können wir natürlich genauso bei unseren weiteren Fliesen auch weitermachen. Falls deine Folie am Rand bzw. auch in den Ecken sich übrigens nicht 100%ig der Fliese anpassen sollte, dann am besten das Ganze einfach mal für ca. 2-3 Stunden schon antrocknen. Und da mal einen ganz normalen Föhn zur Hand nehmen, denn damit können wir jetzt auch unseren Rand bzw. die Ecken etwas anwärmen und dann passt sich die Folie normalerweise je nach Hersteller relativ selbstständig schon unseren Fliesen an. Beziehungsweise wir können dann auch die angewärmte Folie etwas mit den Fingern noch nachdrücken und somit haben wir dann auch schon solche Fliesenfolien richtig angebracht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch Fliesenaufkleber, Entfetter oder natürlich auch so ein spezielles Rakel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und noch weiter geöffnet hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.